Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Fili! Fili! Helene, wisst ihr, was morgen ist? Ja, der Hochzeitstag von Mama und Papa. Richtig! Wollen wir was für sie morgen vorbereiten? Oh ja, gerne, Ella. Gute Idee! Ich bin auch dabei. Ich will schnell Holle, Lukas, Bob und Julia fragen, ob sie was für Mama und Papa basteln wollen. Alles klar, mach das. Wir überlegen so lange, was wir ihnen schenken könnten. Und pass auf, dass Mama oder Papa davon nichts mitbekommen. Und wenn sie kommen, denkt die eine Ausrede aus. Okay, mache ich. Morgen ist doch irgendwas, aber ich weiß nicht was. Autsch! Jetzt bin ich gegen die Treppe gelaufen, aber wenigstens weiß ich jetzt, was morgen ist. Ich bin mal schnell einkaufen. Bis später. Tschüss! Wir könnten dieses Foto zusammen mit einem Tischläufer und Deko auf den Tisch legen. Das Foto sieht so schön aus. Stimmt! Da hast du recht. Und mit Deko sieht es noch viel schöner aus. Die Zwillinge und Julia und Bob malen Mama und Papa übrigens ein Bild. Super, dann lasst uns mal loslegen. Morgen früh, wenn Mama und Papa noch schlafen, legen wir alles auf den Tisch, wie geplant. In diese Box legen wir alles rein, was auf den Tisch morgen früh kommt. Alles klar, los geht's! Mein Bild ist fertig! Darüber werden sich Mama und Papa sicher freuen! Marlene, aufstehen! Wir müssen jetzt unten alles vorbereiten. Alles klar, ich komme. Super, geh schon mal vor. Ich wecke noch schnell Luna und wir kommen dann mit der Box nach. Guten Morgen, hier bin ich. Toll, dass du da bist, Luna. Ich hole schnell die Box, dann gehen wir nach unten und legen los mit dem Tisch. Ich höre oben was. Ich glaube, Mama und Papa werden wach. Ich hole schnell die anderen. Guten Morgen, mein Schatz. Was? Es ist schon morgen. Ich bin gleich wieder da. Hier bin ich wieder. Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Schatz. Danke, dass es dich gibt. Hier, die Blumen sind für dich. Oh, danke, mein Schatz. Die Blumen sind wunderschön. Dir auch alles Gute zum Hochzeitstag. Danke, dass es dich gibt. Lass uns runtergehen. Der Kaffee wartet. Gute Idee. Komm los. Sie kommen auf eure Position. Ich mache den Kaffee. Nein, ich mache den Kaffee. Du setzt dich an den Tisch und genießt das Frühstück. Wie schön der Tisch ist. Jens, hast du den gedeckt? Nein, das habe ich nicht. Aber er sieht wirklich wunderschön aus. Eins, zwei, drei, los. Alles Gute zum Hochzeitstag, Mama und Papa. Danke, dass es euch gibt. Wie schön, Kinder. Vielen lieben Dank für die tolle Überraschung. Ja, vielen lieben Dank. Das ist so lieb von euch. Lasst euch drücken. Hallo zusammen. Das war es schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Montag, die 15.01. hatten Paula und Jens Hochzeitstag. Vor acht Jahren haben sie geheiratet. Wir sehen uns bald bei einem neuen Video wieder. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da. Tschüss. Tschüss. Tschüss.